Hallo, mein Name ist Bila Raphael und ich und meine Familie, wir leben seit knapp vier Jahren vegan. Das heißt, mein Mann und meine zwei Kinder. Warum leben wir vegan? Als ich damals schwanger war mit meinem ersten Kind, habe ich angefangen, über viele Dinge anders zu denken, Sachen zu hinterfragen und genauer hinzuschauen. Und dann fiel ganz schnell die Entscheidung, okay, wir leben ab sofort vegan. Und als dann meine Tochter auf der Welt war, wusste ich, okay, ich muss jetzt irgendwas tun und irgendwas mich fortbilden, damit ich sicher bin, dass sie alle Nährstoffe bekommt. Denn im Außen ist dann ganz viel passiert. Es wurden ganz viele komische Sachen an mich reingetragen und ich habe ganz viel Schlechtes gehört über vegane Ernährung für Kinder und wusste, okay, ich muss mich jetzt wirklich fortbilden und sicher sein, dass sie alle Nährstoffe bekommt. Denn ich habe ja die Verantwortung für sie. Und dann habe ich Ekodemie gefunden und ich bin so froh und so dankbar dafür, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Ich habe dann noch Mutter und Kind, den Zusatzstudiengang gemacht, den Aufbaustudiengang und stecke momentan noch in der veganen Sportlerannährung, Ausbildung. Und ja, ich bin super froh, dass ich den Weg gegangen bin. Und für mich halt war sehr, sehr wichtig, da wir eine Reisefamilie sind, dass alles online funktioniert, dass ich von überall, egal wo wir sind, ich einfach zugreifen kann auf die Module, ich die Prüfung machen kann, egal wo ich bin, dass es völlig unabhängig ist und ich meine Zeit frei einteilen kann. Und das war einfach alles super easy möglich. Und ja, ich kann euch das auf jeden Fall aus tiefstem Herzen empfehlen und sage Dankeschön. Vielen Dank.